Mein Volleyballspiel ist schwer. Zu schwer. Und da habe ich mich gefragt, wie ich es leichter machen kann. Meine erste Idee war es, einfach den Ball größer zu machen. Aber das hat es dann irgendwie noch nicht einfacher gemacht. So. Jetzt bekomme selbst ich das hin. Das ist aber natürlich keine Lösung. Meine zweite Idee war Linear Drag. Das ist quasi so etwas wie Luftwiderstand. Ich kann den Wert einfacher erhöhen und den Ball dadurch langsamer machen. Also gut, nicht so langsam, aber mit einem guten Wert sorgt es schon mal dafür, dass man den Ball deutlich besser wischt als vorher.